ich zeichne gerne weil es mir spaß macht weil es zu meinem leben dazu gehört ich kenne es nicht anders und es macht auch anderen leuten spaß das zu sehen was mir auch wieder spaß macht also porträt zeichnen wird ja naturgemäß mit der hand gemacht ist ja handarbeit im prinzip ist ja auch handwerk klar für mich hat kunst eben auch was mit handwerk zu tun und es gibt ja auch zeichner die am computer arbeiten